Falls du keine Videos mehr verpassen willst und du dem Team kreativ beitreten willst, dann klick auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Und falls du mehr solche Videos willst, dann gib gerne ein Like da. Und falls ihr gegrüßt werden wollt, irgendetwas sagen wollt oder irgendwelche Kriterien habt, dann schreibt einfach nur einen Kommentar. Vergiss nicht, meinem Discord selber beizutreten. Jeder ist willkommen. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, ich bin C3P3 und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen wieder einmal Prison Life, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und ja, ach warum ich wieder Polizist bin, weil vorher war ich frei. Tja Leute, ich habe ein sehr zufriedenes Leben gelebt. Und dann eines Tages kam die Polizei herein. Sie haben mich nicht verhaftet, natürlich nicht. Ich wurde verhaftet und dann haben sie gesagt, Ja Pedro, es war ein Fehler, du kannst wieder so oft Polizist sein, wie du willst. Juhu! Ja Leute, jetzt bin ich wieder Polizist. Ja, genau so lief es ab. Ja, so und was mache ich jetzt als Polizist? Hm. Ja, danke. Ja, danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Mein Spiel packt voll. Mein Spiel packt einfach. Mein Spiel packt voll. Leute, das Spiel ist einfach kaputt. Der Server ist kaputt, Leute. Ich glaube, ich muss den Server wechseln. Tja, Leute, wir sehen uns im nächsten Server. So, Leute, bin in einem anderen Server. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal. Oh, der war schon tot. Ach, wie fies. Ach, wie fies. Ja, ich habe die Schlüsselkarte, Leute. Endlich wieder raus hier. Juhuuu. Ach, Schätzchen. Tschüss. Ja, von Zirke. Ach, Schätzchen. Nicht zu giftig sein. Ja, wenn ich zwei verfolgen. Ja, ja, genau. Tschüss. Ja, und, äh, ja, ja, genau, als, ja, genau. Immer bitte ich es. Ja, die andere lässt ihn gehören. Nein, 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 die andere. Was für, was für ernsthafte Typen. Ja, Party. Juhuuu, meine Liegenparty. Juhuuu. Ja, Rock'n'Rolls. Ja, Leute. Wieder raus aus dem Gefängnis. Juhuuu. Ja. Ah, Taku! Ah, 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 Taku! Ah, ah, ah. Ah, Taku! Ah, shit. Ah. Er hat mich getasert und ich hab ihn umgebracht. Ha, ha. Ah, wie? Ah, Taku! Ah, shit. Du darfst nicht so wild sein. Ne, willst du ärger mit mir? Ne, willst du, willst du, willst du? Ja, genau, da guckst du. Ja, deine Schuld eben. Hättest dich nicht mit mir anleggen sollen. Wow, vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Wow. Wie doof bin ich eigentlich? Ich hab meine Waffen vergessen. Was war ich denn hier so ohne Waffen? Mein Gott. Ja, was? Ich wurde verhaftet? hm! Ja, das ist es Gott. Ja, das ist es Gott. Ja, das ist es Gott. Da war überhaupt kein Polizist drinnen. Mein Gott, Leute, dieses Spiel ist einfach voll mit Hackern. Überfüllt mit Hackern. Habt ihr das gerade gesehen? Ach, wie fies. Wie fies. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Ja, okay. Wow. Sieht man, was gerade passiert? Was für eine Show hier gerade passiert? Ja, Leute, das war's mit dem Video. Falls es euch so euch gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sag ich dir dann mal, Tschüss und auf Wiedersehen.